So und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon und ja das aktuelles Ziel ist den letzten Hirn Prototypen Dingern sind zu zerstören und ja da ist er ja schon und das machen wir jetzt einfach mal. Neue Silo Tür angehalten werden die zur Zuchtstation führt. Okay. Neues Ziel setzen. Bestätigt. Missionsziel Silo Tür öffnen. Oh mein Gott. Welch wunder welch einfallsreiche Dinger. Guck mal, ich kann ja die aktivieren. Die grünen Nebel, ist das gut oder schlecht? Können wir das selbst riskieren? Missionsziel erreicht. Auf untere Ebene springen. Nimmst du mich auf den Arm? Sie sind kein Kätzchen, sondern eine Tötungsmaschine. Springen Sie. Warum ist das Ding so verflucht langsam? Ähm. Missionsziel. Flammenwerfer sichern und Blutdrachengelege zerstören. Alarm. Untere Ebene infiltriert. Der Eindringling darf die Zuchtstation nicht erreichen. Sonst könnte er die Notflammenwerfer an der Wand auf das Eigelege richten. Oh mein Gott. Freitassen. An allen. Bitte gehen Sie mit scharfer Munition gegen den Eindring vor. Jetzt gibt's was auf die Eier. Achtung. Die an der Wand montierten Flammenwerfer durch die Anrufe. Die Anrufe und die Anrufe verwendet werden. Okay, wir sagen uns das erste Mal. Mit Ruhe und die Leute sind tot. Verdammt. Benutze Mototoxys in Sachen in Brand zu stecken. Muhahaha. Flammenwerfer sichern und Blutdrachengelege zerstören. Alarm. Untere Ebene infiltriert. Der Eindringling darf die Zuchtstation nicht erreichen. Sonst hat er die Notflammenwerfer an der Wand auf das Eigelege. Das nehmen wir natürlich zuerst. Bitte nicht tödliche Munition verwenden, damit die Gelege nicht beschädigt werden. Freitassen. An allen. Entdecken Sie mit scharfer Munition gegen den Eindringling vor. Jetzt gibt's was auf die Eier. Achtung. Das... Das soll ja schon mal zu slide werden. ...situationen von Autoröse im Personal verwendet werden. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es ein Notfall ist, die Spendung ist. Oh, klebt einmal Hunde. Ein Express ins Leichenschauhaus. Wo ist da nix gegen Hunde, oder? Bei der Arbeit sterben, na sowas. Wenn sie mich beißen wollen, dann... muss ich sie wohl oder übel beseitigen. Oh, Levelanstieg. Okay, wo ist das? Oh, wir sollten uns vielleicht mal heilen. Ah, perfekt. Flammenwerfer war die... Zwo... Geht an. Warte mal, das ist ein Geldautomat. Ah. Waffen. Wo muss ich ein Tag hier? Ohohoho. Flamme. Ja, den haben wir eigentlich schon alles, oder? Noch mal aufmunitionieren. Ja, und los geht's, sei das so. Dann, dann, dann. Die Herzen, wenn wir jetzt einfach mal liegen, mal... Wir rennen jetzt einfach mal durch. Okay. Nötet einfach auch Ei rollen, ne? Stür. Ach du. Warnung. Feuer regt die Blutdrachen nur an. Es verletzt sie nicht. Ah. Zerstörte Eier. Ach du Kacke. Epischer Bossfight. Ach. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal ein bisschen in Deckung, weil... Feiglinge wurde es zusammen. Ach du Scheiße. Nein 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 Oh du kacke Scheint in meine Richtung Scheiße Ja Das ordentlich glaube ich wieder ziemlich Aus Nein Ach du kacke Ich glaube das wird jetzt ein bisschen Scheiß Arbeit Ach du kacke Ja Dass wir ein bisschen zusammen möxen Ach kacke Schuhaldi Und gleich nochmal Ach du kacke Jetzt sind echt aggressiv Und gleich nochmal Und gleich nochmal Mal Ach du kacke Ach du kacke Ich lade jetzt einfach mal Ach du kacke Ach du kacke Ach du kacke Ach du kacke Okay, wieder zurück in Deckung, heee, langsam können wir sie auch. Zerstöre die Eier, ja jetzt mal erstmal die Drachen weg. Bevor ich irgendwelche Eier zerstören kann. Come on ey. Come on, jetzt wieder heim. Die werden wir ja schon langsam durchgespüßchen. Oh mein Gott, der ist schon im Ordinal. Gehen wir da noch weiter. Nein! Nein! Oh, verdammt, der ist so fast cut. Oh mein Gott. Ich mag mein Ei knusprig. Warnung, Feuer regt die Blutdrachen nur an, es verletzt sie nicht. Stieb, du dummer Hund, ey. Ne. Nein! Ja, Halleluja. Okay, hoffentlich wird's jetzt noch besser wär's. 1, 3, 1. Zuerst das letzte Mal. Halt erstmal nochmal. Komplett hundertprozental und dann gehen wir ja nochmal ein, gell. Die Hölle. Die Hülle des Löwens. Okay. Okay. Okay, da jetzt ein Dicks wie Red. Die Munition wird nicht dran sehen. Die Munition wird nicht dran sehen. Okay. Ich mache jetzt ein bisschen fort. Oh, nein. Nein. Nein, nein. Ja. Nein. Schräg gemütlich immer. Doch keine Hektikunisse draf heute. NOOOOOO! NOOOO! 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 Come on! NOOOO! NOOOO! Der erste ist bei weg. Okay. Das sind unsere hohe Explosiv-Sniper. Der erste ist gleich weg. Und wenn der gleicher so. Nein! Nachform wurde ich mir jetzt schon kalt. Nein! Oh, das war total ne. Okay, jetzt ist der letzte ist der Schuss. Oh! Come on! Wenn der so Dauerbeschwissen hat. Nein, steht da daneben oder was? Okay, wo bist du drauf, ey? Okay. Wenn er sich zurückzieht. Ziehen wir es erstmal zurück. Und ein wenig noch munitionieren. Ich finde es jetzt ein bisserl. Nein! Verdammt! Okay. Wir müssen den Drachen jetzt doch so eliminieren. Weil wir halt jetzt unsere Möglichkeiten haben. Unsere Möglichkeit sind jetzt nochmal bloß. Nur zwei Schuss mit der... Sniper. Sniper. Okay. Okay, deswegen ist er mir jetzt gearscht. Okay, jetzt ist er wirklich ein Puzzler erstens. Wir müssen unseren Flammenwerfer verteidigen, ne? Wenn die Stimme vielleicht nicht herkommt. Dann... Was machen wir da mit der Zeit? Warte! Ach du Scheisse! Ich hab uns volle Röhre erwischt. Geheim wir uns nochmal auf 100%! Oh kacke! Das ist der... Warte! Ja! ...weil... ...weil die Stimme nicht herkommt. Ohhhh... ...warte... ...weil... Ohhhhh... ...weil... ...weil... ...ja... Ok, die Strohplinte bringt auch ein bisschen groß. Aber auch noch ein bisschen. Aber es wird weniger. Wie macht man die Speedmangst? Ich weiß nicht, ob das irgendwie was größer ist. Soll oder kaum. Warte mal, ich warte jetzt einfach bis er sich berührt hat und dann versuche ich mal fort zurück. Damit er mal ein bisschen mehr Action reinkommt. Okay. Okay. Doch, ich habe eine gute Idee. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So und da die Zunge rennt er jetzt einfach durch. Ach so in der... Oh mein Gott. In der Mitte war ja alles da. Das sind die... Ich hatte es halt gekäußt, dass das Notflammenwerfer gibt und all das. Oh mein Gott, das versteckt mich da die ganze Zeit. Ich bin einzigartig. Okay, nochmal No Loan. Das ist gut, das so können wir es ja zerstören. Also ich würde, wenn ihr groß seid, Omelette. Okay, es gibt die bloß noch irgendwie. Das ist gut, wenn wir jetzt den Drachen nur zerstören, dann war das wirklich... Scheiße. Ich bin wieder weg. Okay. Gibt es ja gar nicht nur Munition oder bloß solche Dinge? Ja. Vielleicht da hinten halt so Feuer hier noch. Gibt es da hinten hier oder bleibt der besser ein? Ei. Okay. Uh, warte, bloß wenig Schussnackler und der Bob. Okay, ich bin wieder weg. So gut, es brennt ja. Okay. Okay. Ich will die rein und sagen, oh. Oh, du scheiße. Das war zwar jetzt noch ein bisschen ein Fail. Gameplay, aber na ja. Warum ist der Aufzug so langsam? Wozu soll das gut sein? Traumatische Spannung. Alarm. Blutdrache nähert sich. Eine der Mütter. Sie ist verärgert wegen der Sache mit dem Flammenwerfer. Ihnen bleibt keine Zeit, den minimalen Sicherheitsabstand zu erreichen. Hm. Wo kommt dir das nicht bekannt vor? Okay. Sie hat uns bis jetzt auch nicht. Ist sie. Okay, leg dich schlafen. Spannende Musik. Dramatik. Der ist ein Auto. Darum, ich glaube, den. Passu. Meine Empfehlung. Wir benutzen Sie das Geschirr. Ach was. Jetzt erkunden wir den Traum. Töten, 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 töten. Oh, kacke. Das ist keine Reaktion. So, das ist immer der Wannstum. Das ist doch. Und so, Explode. Ja, na. Okay. Töten. 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 Töten, töten, töten. Deswegen war der Autotrim. Man. Geht da alles in ´sinn scüß? Nein. Nichts ist unlogisch in diesem Spiel. Das ist ein logischer Spiel, aber ich würde wirklich nicht mehr sehen. Oh mein Gott, wie probt, wie gibt es da? Das ist ja der reinste XP-Machine. Ich werde mal weiter zu sehen. Ah ja. Der Amphibische High-Qualen-Hybrid-Angriff-Titan hat den Brückenausgang zerstört. Sie müssen mit einem Fahrzeug über den Abgrund springen. Über den High-Springen. Wo springen? Über den High-Springen? Da ist das Action-Pure. Boah, Slow-Boah. Oh, da oben ist der Zeitangabe 10. Nooo. Ah, Action-Pure. Okay, ich bin jetzt mal ein Brückchen. Oh mein Gott, der Takt ist. Ah, oh mein Gott. Geiler Scheiß. Okay, und tschüss.